Herzlich Willkommen zum realistischen Minecraft, also jedenfalls mehr schlecht als recht, ey Leute, wir haben folgende Herausforderung, wir haben drei Crafting-Rezepte, die random generiert wurden, ja das sind zufällige Items, wenn du ein Crafting-Rezept geschafft hast, also das wird ein 1 gegen 1 Battle zwischen der Linsky und mir, sobald man ein Battle geschafft hat, darf man seine Grafik upgraden von, das ist 1x1, ne, kennen wir ja schon, alles 1 Pixel, zu 3x3, zu 4x4, zu normal, ja gleichzeitig ist aber alles auch rund, wie ihr seht, also es gibt jetzt hier aktuell auch keine Blöcke, wir haben eine krasse Laufanimation und alles, es gibt auch bessere Umwelt und wir haben es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich realistisch, alles Leute, und damit, hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Linsky, hallo, hey Rabauken auch, ähm, ja, also ich würde sagen, Nina, wir legen direkt los, ne, let's go, wir legen los, wir legen los, wir legen los, ah, da wollte ich gerade hin, wir legen los, Alter, sieht voll nice aus, der Stamm, der ist rund, ja, stimmt, ist ja verrückt, oh, jetzt stehe ich hier im Baum drin, Leute, das wird heute eine sehr, also ich glaube wirklich, das erste Rezept wird das schwierigste, weil man erkennt die Blöcke, man muss ja erstmal Kohle überhaupt erkennen, das wird wahrscheinlich schon ein schwarzer Klumpen sein, ne, Ja, was brauche ich denn jetzt hier ab, ich sehe, ah, okay, ich habe fünf Holz, nice, so, jetzt haben wir, wie scheiße das alles aussieht, oh, warte, so, ähm, oh, wartet, so, jetzt brauchen wir eine Spitz-Hogge, ne, Okay, und wir graben uns hier runter, das sieht ein bisschen komisch aus, dann müsste doch jetzt eigentlich gleich Stein kommen, oder? Hey, ich sehe nicht, wo ich mich hingrabe. Gerade auch nicht. Hey, ist immer noch kein Stein, immer noch Erde? Ich bin irgendwo runtergefallen, also ich scheine in einer Höhle zu sein. Ja, ich muss auch in eine Höhle, hier so leicht geht das nicht, ey, wo ist denn der Stein, oh, da, 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 hat sich was verändert? Ja, hier unten, hier ist, ach komm, wir pfeifen da drauf, Alter, wir suchen uns in eine Höhle, das ist mir viel zu kompliziert hier. Und vielleicht kriegen wir auch schon die ersten, ich hätte mir vielleicht mal das Crafting-Rezept anschauen sollen, ne? Also, was brauchen wir denn? Lass mal Lucky Lucky machen, wir brauchen Kohle, Holz, Leder, Clay und Blümchen, okay, alles klar. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ist das eine Blume? Was ist das? Oh je, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ah ja, Mohn. Oh ja, nice to know. Ah, hier, da haben wir einen Stein, sehr schön. Ich weiß nicht, dass ich das aus, ob man das abbauen könnte irgendwie. Ah, hier ist eine Höhle, oha, Alter. Aber was, jo, hä? Alter, ich habe auch eine fette Höhle. Das ist Eisen? Ah, schon besser. Ich habe meinen ersten Stein, ey. Ich finde es schwer einzuschätzen, was so an diesen verdammten Dingern hier Clay ist. Das hier? Oh ja. Was, wir müssen Clay finden? Ja, du brauchst Terrakotta. Aber ich mache mir auf jeden Fall eine Schaufel, man. Das mache ich mich ja mulig. Und vielleicht... Werkbank haben wir doch hier, genau. Werkbank platzieren wir. Ich habe endlich Kohle gefunden. Muss es nur Kohle sein oder Kohleblock? Kohleblock natürlich. Oh nein. Eine Erdeschaufel. So wie hier. Einen Ofen kann ich leider nicht machen. Wir gambeln mal. Praxiv, wie Terrakotta brauche ich für einen so einen Block? Ich habe ja keine Ahnung. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall reichen. Guck mal, wie viel wir jetzt hier haben. Nein, flieg doch nicht weg, ey. Was? Hallo? So, das müssen wir dann auch in den Ofen reinpacken. So, sagen wir mal 15, 16. Das ist halt so ein Muster. Du musst, du musst das in den Ofen, dann musst du es, dann hast du Keramik. Dann musst du die Keramik färben und dann musst du die gefärbte Keramik wieder in den Ofen tun und dann kriegst du diesen polierten Block raus oder so. What? Also ich glaube, so funktioniert das. Ich habe das auch noch nie gecraftet, aber ich meine doch das dann. Ich bleibe, glaube ich, die ganze Aufnahme beim Ersten. Na, wir brauchen, also blau. Lapis! Oh mein Gott. Ich meine, ich brauche keinen Lapis. Ich brauche, wer findet denn Lapis vor Kohle? Wahrscheinlich habe ich eh schon Kohle gefunden. Ich habe hier gerade eine Riesenhöhle gefunden. Boah, nicht runterfallen. Ich habe wahrscheinlich eh schon Kohle gefunden. Ich bin nur daran vorbeigelatscht. Ja, 100 Pro, das ist echt schwer zu erkennen. Das hier ist safe Kohle, oder? Ja, ich habe es. Nice. 2, 3, 4, 5. Das war keine Kohle. Ich packe hier gerade irgendwie fest. Monster? Komm, ja, 5. Da ist noch eine. Ich sehe die doch. Jawohl, 7. Hä, 6 meine ich, aber ich habe 6 gemacht. Jetzt das hier noch. 7, 8, 9. Ich habe 9, ich habe 9. Ja, 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 ja. Ich kriege mir aber direkt auch noch Eisen raus. Ah, jetzt noch mehr Kohle sogar. Wir brauchen eh Kohle für den Ofen noch. So. Creeper, du kannst mal schön abhauen. War das hier Eisen? Ich habe 5 Eisen, wir bauen ab. Ich habe immer noch 5 Eisen, verdammt. Muss doch Eisen sein, was soll das sonst sein? 6 Eisen, haha. Ah, ich wusste, dass es Eisen ist. Aber irgendwie ist es auch an das Seed oder so. Sieben Eisen. Wir haben direkt gleich auch da neun. Vielleicht macht das Mond die Haut bei, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Ne, okay. Ich suche hier gerade nach Kühen, aber ich finde einfach keine. Ach, neun. Ja, aber ich habe genug Eisen auch. Wir nehmen neun Kohle für einen Block. Den Rest tun wir hier rein. Das brauchen wir halt, diese Ziegel. Dann hier. Okay, hier haben wir genug Essen. Da tun wir auch ein bisschen Kohle rein. So, essen muss ich. Ich muss dringend essen, Alter. So, dann gehen wir mal. Hast du, kannst du überlegen. Ja, wir brauchen. Ich muss das mal kurz recherchieren, wie man hier das herstellt. Man macht Türkis tatsächlich aus Grün, also Kaktus und Blau. Was, Lapis, ist was schon ab? He, he. Glück muss man haben, Alter. Ich bin gerade hier eh im Wald unterwegs, um ne Kuh zu finden. Vielleicht kriegst du ne blaue Blume. Blaue Blumen gehen auch diese. Oder, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Orchideen. Heißen die echt Orchideen? Alter, du hast heftiges Microsoft-Essen. Okay, du wusstest nicht, wie man das craftet. Aber... Ne, nein. Habe ich eigentlich neun, ne, vier sind... Ah ja, nice. Den müssen wir jetzt... Warte mal. Jetzt brauche ich Kaktus. Man braucht eh Kaktus später noch für das Rezept. Das heißt, ich brauche so oder so ein Kaktus. Das heißt, wir müssen einer... Ey, kannst du mich jetzt hier mal rauslassen, aus dieser verdammigen Höhle, Alter. Elina Forky, der Geist hält mich fest am Bein. Er ruft mich um drei Uhr nachts an. Nein. Der hat nämlich gerade drei Uhr nachts, wirst du. Ja, aber wenn, das ist hell noch draußen. Ja, ja, ja. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass es hier auf dieser Map keine Kühe gibt. Ah, da ist ein Schaf. Ich brauche noch. Elina, ich kann dir leider nicht helfen. Wir sind Feinde. Schließt du das? Hast du schon eine Kuh hier gesehen, ha? Ähm, nee. Schwein und Schaf. Siehst du? Ja, weil ich würde ganz gerne mal diese Crafting-Rezepte wiederfinden. Das ist ja gerade mein Problem. Ja, ich habe den Spawnpunkt gesetzt. Kühe, Kühe, Kühe. Oh, ich habe den Spawnpunkt doch nicht gesetzt. Ah, doch. Halbwegs. Kann man aus Kaktusgrün... Nee, kann man glaube ich nicht. So, okay. Welche Seite hast du gemacht? Ah, Rückseite, okay. Also, Kohleblock haben wir auch abgeliefert. Genau wie Elina. Ist aber die einzige Sache. Ah, Leder. Deswegen so. Und Pink brauchen wir ja auch. Okay, wir brauchen Holz, Kaktus und diese pinke Blume. Oh, da ist eine neue Farbe. Ohne Witz, hier sind hunderte Schafe. Glaubst du das? Was ist denn das hier? Flieder. Flieder. Welche Farbe hat ein Flieder? Flieder ist lila. Magenta. Das ist der Stoff, glaube ich. Glücksbild. Ha, ha, lololololololololol. Ey, ich habe übel reingelangt, diese Runde. Seist das Lapis, dann das. Alter, es sind so viele Blumen. Damn, man. Blumen. Baue sich jetzt aber mal noch ein paar ab. Porzellansternchen. Das ist meine ich alles. Weiße Tulpe. Was ist meine ich, dass ich über die Blumen lerne? Ich brauche nur noch eine Wüste. Drei Leder. Ich hätte ja drei Leder getroffen. Ich habe es genau gesehen. Noch drei. Lina, ich werde beschissen. Ach so, ich habe da. Ach, ich habe verrottet das Fleisch geguckt. Ich Idiot. Fünf Leder. Das reicht zwar nicht für beide Rezepte, aber zumindest erst mal für das Erste. Jetzt fehlt... Hast du eine Wüste schon? Nein. Das ist, glaube ich, nur so Sand, der da ist. Ich weiß gar nicht, wie diese Wüsten sind, aber gar nicht so selten. Es muss langsam mal in eine Wüste kommen. Ich laufe doch hier schon ewig. So sehen die Dinge also aus. Interessant. Wiffler. Ich dachte, ich kann die gerade nicht abbauen. Das ist irgendwie komisch. So, Lina, da du eh nie eine Wüste finden würdest, soll ich dir welche mitbringen, freundlicherweise? Ja, bitte. Okay, ich bring dir welche mit. Kannst du mir auch Terrakotta machen oder so? Du, du machst das selbst, Alter. Was brauche ich denn dafür alles? Ich verstehe das nicht. Mann, du gehst in den See, baust da den Ton ab, brennst den, machst aus vier Tonen Barren oder wie man die nennt, ein Siegelstein. Den Siegelstein kombinierst du mit der Farbe und dann tust du den in den Ofen. Okay. Wir killen uns. Ich muss erst mal meinen Ton bringen. Auf. Auf. So. Alrighty, righty. Jetzt können wir ein paar Sachen abliefern. Ich glaube sogar fast alles oder alles. Wir schauen. Also, ich habe einen Kaktus. Daraus machen wir ein Green. Ach, den muss man in den Ofen tun, ne? Okay, warte, können wir hin. Äh, buff. Und was ist jetzt hier meine Kohle gewesen? Äh, wo ist meine Kohle? Habe ich irgendwo in den Ofen stehen lassen? Na gut, nehmen wir Holz. Oh, oh. Mann, ich habe auch kein Holz. Buff. Buff. Äh. Jetzt fehlt mir Eiche, ne? Mann, Milina. Diese Custom-Crafting-Experte machen mich fertig, Alter. Ich auch. Ofen, Bruststein, Eisen, Sand kann wechseln. Jetzt muss ich das hier abbauen, ey. Vergiss nicht, Milina, ich habe Kakteen für dich. Juhu. Moin Schwein, Schautschwein. Wer ist denn kurz? Schwein, 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 Schwein. Das Schwein hat keine Ahnung, was wir hier für schwere Sachen machen müssen. Kaktus-Grün. Schmeckt. So, Werkbank, kann man die hier irgendwo? Buff. Wir machen uns erst Lederschuhe. Buff, buff, buff. Äh. So. Lederschuhe, komm hin. Hier. Achso, nee, du bist auf der Rückseite. Äh, gut, das ist ja jetzt gespiegelt, ne? Na, das ist links, also muss das hier. Äh, da machen wir oben dieses Boot. Hm, das dürfte ja... Das ist aber, glaube ich, aus... Nee, nicht aus Eiche, das ist aus. Dem hier. Och, Leute, ich check hier nix, ey. So. Wo ist es jetzt hin? Ah, ja. So. Nee, das ist auf jeden Fall das falsche Holz. Das ist... Meine ich... Oh, Leute, das ist ja ganz schlimm. Äh, das ist auch das falsche. Lina, akzeptieren wir das trotzdem, auch wenn das das falsche Holz ist? Ja. Dankeschön. So, wir haben aber den richtigen Farbstoff-Safe, so. Den mache ich dir einfach rein, hier. Den finde ich sowieso nie. So, der ist drin bei dir. Den Farbstoff. Ja, den pinken. Ja, genau. Ich suche immer noch den blauen. Und einen Kaktus mache ich, Kaktus mache ich dir auch rein. So ist alles da, Lina, kannst zurückkommen. So, äh... Wie, was kann ich... Wir brauchen den... Hast du noch einen blauen Farbstoff? Ich brauche ja noch den blauen. So, wir burnen den Türkise-Keramik. Ne, haben wir uns acht gemacht. Und jetzt müssten wir eigentlich... Da bin ich richtig... Jawohl, 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 jawohl. Lina, ich darf mein Text... Also hier, mein Text-Repack, meine Grafik verbessern. Wow, ich nicht, weil ich immer noch eine Kuh suche. So sieht das Ganze jetzt aus. Wow, also man erkennt jetzt zumindest schon die Blumen und so weiter. Also es sieht schon mehr aus wie Minecraft. Wir haben... Wir sind jetzt gerade dabei... Aber Kohle erkenne ich hier trotzdem nicht. Also ich weiß nicht, dass ich keinen habe. Wir sind jetzt dabei, das Eisen zu braten für den Eisenblock. Das Fleisch haben wir. Da kann ich direkt schon eins abliefern. Den Kaktus haben wir auch. Den kann ich direkt auch abliefern. Leder. Okay, wir brauchen Leder und Strom. Das heißt, ich brauche ein Dorf. So, wir dürften eigentlich nicht mehr weit davon entfernt sein. Der eine Wert, der passt schon. Und der andere, der nähert sich an. Das müsste hinter diesem Wald sein. Auch wenn im Waldbiom es eigentlich keine Dörfer sind. Aber vielleicht ist dahinter irgendwie eine Ebene oder so. Ja gut, da links ist auf jeden Fall eine Ebene. 700. Oh, ein Häschen. Aber hinter diesen Bäumen müsste direkt eigentlich das sein. 100 Blöcke. Ah, ja, 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 da ist... Ah, ja, 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 das haut vom Biom hin. Schaut mal, der ist so ein Merk. Ich hoffe sehr, dass dieses verdammte Dorf dann auch Stroh hat. Weil ansonsten... Oh, ja, 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 ja. Da haben wir es doch, da haben wir es doch. Das Dorf sieht aber irgendwie ziemlich lustig aus da mir drin. Brote, Alter. Ich brauche doch keine Brote. Ich brauche Stroh. Moinsen. Okay, also hier, wir haben ein bisschen, also ein Strohbein fertig gibt es leider nicht. Oh mein Gott, ich habe gerade mit einem Herz überlebt. Hab ich Knochen? Oh nee, diese Knochen habe ich vorhin weggeschmissen. Ist das hier fertig? Das sieht fertig aus. Ja, das ist fertig. Sehr schön. Das heißt, wir haben zwei, drei. Der Rest ist auf jeden Fall nicht fertig. Wir haben aber noch mehr. Sehr schön. Ah ja, da ist eins fertig. Drei sogar. Buff, buff, buff. Jetzt haben wir sieben. Das ist auch fertig. Acht. Hier war aber noch ein Feld, glaube ich, am Anfang. Hey Wolf, dir geht es nicht gut. Ah ja. Ne, Lina, jetzt können wir uns gleich wieder treffen. Denn ich quäle mich jetzt. Ja. Buff. So, wir haben Strohballen. Gehen wir mal. Jetzt habe ich das vertauscht. Wartet. Buff. 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 So. Und jetzt kommt oben ein Lederhelm. Leder haben wir unterwegs ja auch uns geschnappt. Ah ja, hier. Buff. Und ich habe das nächste Pack. Buh. Lina, wo boxt du die Werkbank? Ich boxt nicht die Werkbank. Da, Lina, hast du dein Leder. Ich brauche sie nicht mehr. Mehr Geschenke kann ich dir nicht machen. Danke. So, wir haben eine Holzschufe. Buff. Wir haben das Fleisch. Das müssen wir braten. Äh, das ist, ähm. Das ist Hannelfleisch. Das müssten wir doch. Ja, Hannelfleisch, Hannelfleisch. Oh Gott, nein. Ein Diamant, Alter. Ach du heilige Güte, Oni. Boah, hast du keinen Kaktus mehr? Doch, äh, hier. Dass du das eigentlich selber finden sollst, ist dir schon klar. So, und jetzt muss ich daraus noch so einen Zaun machen. Okay, kriegen wir hin. Zaun macht man so weit ich weiß. So. So. Nee, das ist eine Leiter. Ach so, ne? Nee. Ah doch, das war doch so komisch. Ah. Ah, nee, das war ein Tor. Ich brauch mehr. Ui, 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 ui. Okay. So ging das, ne? Jawohl. Dürfen Sie. Buff. Ups. Ups. Ah, nein. Oh Gott. Ah. Meine Raben sind weg, Elida. Was? Wo sind sie hin, Alter? Okay, warte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So. Okay. Äh, den Zaun haben wir da drin. Sehr schön. Ist halt falsches Soils, aber wir haben ja gesagt, das ist erlaubt. Soils haben wir... Ah, das ist ja auch das Falsche. Ah, das ist das hier, ne? Okay, wenn wir das Fleisch haben, fehlt uns nur noch... Oh, Elida, hast du einen Diamant, Alter? Äh, ja, klar, Alter. Nein, hab ich nicht. Das sind so geile Höhlen hier, Alter. Nein, ich glaube, ich hab einen Diamanten. Ich hab auch einen Diamanten. Ja, ich hätte hier meinen, sonst überlassen. Hier, du hast keinen Diamanten. Du hast es genau aufzulügen. Äh, nein, ohne Witz. Das ist blau. Ich kann es halt nur nicht erkennen. Ach so, na, jetzt ist locker kein Diamant. Du spielst ja noch in diesem... In diesem 1-Euro-Grafik. Ja, warte. Ich muss kurz checken, ob es ein Dier ist. Check ruhig. Ich hol mir den Diamanten jetzt. Verdammt, es ist Larvis. Was ist klar, so ist ein Dier? Ich bin mir so sicher, dass hier irgendwo ein Dier ist, wirklich. Bam! Bam, 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 bam. Wir liefern den Diamanten ab und upgraden uns zu einer normalen Minekraft. Wieso hast du da nicht dein ganzes Zeug hier hingeschmissen, Idina, sag mal. So. Bam! Hey! So sieht Minecraft normal aus, Alter. Ich bin hier direkt übel zum Fight, Idina. Wie in Zombies. Bam, Alter. Mal gucken, was Idina abgeliefert hat. Gar nichts. Das wird das erste fertig gemacht. Nee, nicht mal hast du nicht. Du hast den Kaktus dahin gemacht und denkst, ich merk's nicht. Du hast den Kaktus dahin gemacht. Du hast dir mir geschenkt. Ja, uh, Idina, das war ein ganz klarer Sieg für mich, würde ich sagen, Gidi. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button. Wenn euch Texture Pack Challenges gefallen, abonniert meinen Kanal auch kostenlos. Dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao. Ciao.